Was Dante an der Pforte des Entfernung geschrieben sein lässt, dies ist in einem anderen Sinn, auch vor den Eingang zur Philosophie zu schreiben. Lasst alle Hoffnung fahren, die ihr eingeht. Wer wahrhaft philosophieren will, muss aller Hoffnung, alles Verlangens, aller Sehnsucht los sein. Er muss nichts wollen, nichts wissen, sich ganz bloß und arm fühlen, alles dahin geben, um alles zu gewinnen. Schwer ist dieser Schritt, schwer, Gleiser noch vom letzten Ufer zu scheiden. Dies sehen wir daraus, dass so wenige von jeher dies im Stand waren.